Fallen im Sterbevierteljahr der Witwenrente Sozialabgaben an? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage bekommen zum Thema Witwenrente, Sterbevierteljahr. Ich bin jetzt gerade Witwe geworden und habe das Sterbequartalsgeld, das Sterbevierteljahr, beantragt bei dem Deutschen Postrenten Service. Muss ich auf dieses Vierteljahr, was ich ja ungekürzt bekomme, auch SV-Abgaben zahlen? Ich bin in einer deutschen Krankenversicherung als Rentner schon pflichtversichert. Ja, Sie werden auch auf Ihre Witwenrente im Sterbevierteljahr SV-Abgaben, wie zum Beispiel Krankenversicherungsbeitrag, Zusatzbeitrag und auch den entsprechenden Pflegebeitrag. Je nachdem, ob Sie die älteren Eigenschaften nachweisen können oder nicht, dann zahlen müssen. So ist die gesetzliche Regel. Das Sterbevierteljahr bedeutet nicht, dass Sie auf die Witwenrente, die Sie dort bekommen, die ist nämlich praktisch ohne Einkommensanrechnung, keine Sozialabgaben zahlen müssen. Das Sterbevierteljahr, auch das wissen viele Leute nicht, ist Teil der Witwenrente. Also das Sterbevierteljahr ist nichts Besondertes neben der Witwenrente, die Sie dann nach den drei Monaten bekommen, sondern sie gehört zur Witwenrente als Leistung mit dazu. Das heißt also, wer in Deutschland gesetzlich oder freiwillig krankenversichert ist, muss auf seine Witwen- oder Witwerrente Sozialabgaben zahlen, unabhängig davon, ob Sie im Sterbevierteljahr sind oder dann danach mit 60% oder 55% eine entsprechend große Witwenrente bekommen. Das spielt dann keine Rolle mehr. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel den den Thun den 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 Vielen Dank.